servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zu einer neuen ausgabe von azeroth aktuell wir haben heute ein paar hot fixes für euch ein paar meldungen zu server problemen und dazu noch ein kleiner reminder bezüglich des raids schloss natria wenn euch das video gefällt las gerne ein like und ein abo da und aktiviert die glocke würde mich sehr freuen und damit starten wir rein die hot fixes sind frisch hier steht vom 16 februar da sind sie in amerika online gegangen bei uns ist das am 17 februar also heute an dem tag an dem ich das video aufnehme wir haben erst den schurken wir haben den legendären buff die verdorbenen was bedeutet wenn ihr symbole des todes aktiviert macht euer nächster einsatz von schattenschlag oder düstere klingen und meucheln 30 prozent mehr schaden und ihr generiert mehr combo punkte jetzt könnt ihr oder ist es so dass wenn ihr das legendary anzieht hattet ihr ständig einen buff in der leiste und wenn der legendäre gegenstand jetzt ausgezogen wird wird dieser buff entfernt also habt ihr den dann zukünftig nicht mehr in der anzeige dann haben wir konstrukteur xymox mit seiner schneide der vernichtung das ist die fähigkeit aus der letzten phase wo ihr herangezogen werde die dann damage macht da gibt es noch mal jetzt eine zusätzliche verzögerung bevor die gewirkt wird auf mythic heißt normal lfr hc sind davon nicht betroffen dann haben wir was ich ebenfalls noch gleich näher ausführe mehr loot in schloss natria und waffen tokens droppen nun häufiger und der effekt des schmuckstücks schleicher flügel was so aussieht wenn es droppt hat agi oder stärke drauf und ihr könnt es benutzen ihr habt dann mehr movement speed ihr habt die chance bzw wenn ihr es aktiviert stürzt ihr euch auf den gegner fügt ihm schaden zu das ganze mit einer minute 30 abklingzeit da gab es scheinbar ein fehler dass das trinket bei ziemlich großen mobs nicht so gut funktioniert hat ich denke mal das hat damit zu tun mit der hitbox der jeweiligen gegner das wurde jetzt aber verbessert und dann haben wir noch a gift for the king of stormwind das ist die aktuelle valentinstags quest wo ihr eurem fraktionsanführer ein geschenk bringen könnt einen hübschen glücksbringer arm reif wenn ihr in der intro quest für legion wart war es so dass ihr die quest nicht bei anduin abgeben konntet in sturmwind mittlerweile wurde das gefixt das waren die hot fixes des tages kommen wir nun noch mal näher ein letztes mal zu den änderungen in schloss natria bezüglich des loots ich hatte dazu ja schon mal ein video gemacht grundsätzlich gilt ab sofort pro fünf mann im raid kriegt ihr ein ausrüstungsteil heißt bei einem zehn mann raid zwei teile 15 mann 3 20 4 25 5 30 6 auf mythic kriegt ihr immer garantiert vier items für jeden zusätzlichen spieler also beispielsweise 22 bekommt ihr vier pieces of loot also vier stück loot und jeder spieler mehr über diese 20 also zwei gibt euch eine 20 prozentige chance jeweils auf ein zusätzliches stück loot heißt bei 22 spielern kriegt ihr garantiert vier items und eine chance von 40 prozent auf ein fünftes item so sieht es aus wow hat hat dazu jetzt noch mal eine ganz nützliche tabelle gepostet wo ihr seht wie sich das ganze verhält also beispielsweise 13 spieler habt ihr eine 40 prozentige chance dass zwei items droppen eine 60 prozentige chance dass drei teile droppen und so weiter und so fort so verhält sich das dann auch in den stufen mit mehr spielern bis hin zu maximum 30 und wie gesagt mythic spielt man immer mit 20 deswegen gibt es da immer garantiert vier loot pieces wow hat schreibt auch noch mal das ist ein bisschen mehr als im battle for azeroth ist damals gab es fünf pro boss ich denke es ist jetzt ein ganz guter kompromiss zwischen den dreien die ursprünglich veranschlagt waren bis hin zu den fünf aus bfa dazu hat blizzard gesagt dass weapon tokens also waffen token bei den einzelnen bossen jetzt noch häufiger droppen eine prozentuale chance haben sie nicht genannt ich habe auch versucht zu recherchieren da das erst jetzt live ging kann man auch nicht wow hat bietet auch die möglichkeit anhand von von spielern eingetragenen drops eine prozentuale chance zu errechnen da das erst jetzt online ist bei uns seit heute in den usa seit gestern gibt es da noch keinen genauen wert falls es da eine information gibt werde ich euch auf dem laufenden halten und zu guter letzt haben wir noch eine meldung die aus der nacht bei uns stammt und zwar gab es scheinbar server probleme auf seiten von blizzard die meldung ist jetzt zehn stunden her wo geschrieben wurde blizzard hat probleme mit den authentiken authentication servers also den authentifizierung servern was in langsame oder fehlgeschlagene login resultate führte oder versuche nicht resultate da gab es dazu noch einen post aus den entsprechenden forum wo blizzard oder ein blue post wo geschrieben wurde dass das problem vermutlich gefunden wurde und es keine schwierigkeiten mehr geben sollte laut wow hat gab es aber auch trotzdem noch weitere probleme in den kommentaren schreiben auch noch einige dass sie noch stunden danach probleme hatten auf den deutschen servern scheint es nicht so schlimm zu sein scheint nicht betroffen gewesen zu sein falls es im heutigen tage doch mal probleme geben sollte wisst ihr woran es liegt aber es steht auch noch mal hier drunter dass die probleme von leuten aus westküste east coast also west und ostküste aus den usa und taiwan gemeldet wurden also von europa wurde da nichts gemeldet hoffen wir dass es so bleibt das war's an news von mir an der heutigen stelle ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar informationen daraus ziehen in diesem sinne bedanke ich mich fürs zusehen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag lasst es euch gut gehen und bleibt gesund reingehauen reingehauen